Typi! Nein! Fuck. Kaum sag ich das und gleich sterbe ich schon! Ich hab jetzt nicht erwartet, was da da runterkommt. Hey, unser erster Tod! In der zweiten Welt! Mann, bin ich gut! Typi! K-Hallo meine Frandos! Hier ist wieder euer Retoxan! Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt! Kirby Nightman Dreamland! Oder zu deutsch... Schattenbedrohend Traumland! Aber ich werde es weiterhin Nightman Dreamland nennen, weil das einfach cooler klingt. Meiner Meinung nach. Ähm, ja. Das ganze für den Gameboy Advance. Ich spiele die, äh... Virtual Console Variante. Und ja, das ist mein neues Projekt. Ähm, das ich schon bereits angekündigt habe. Das zweite... wird später noch folgen. Ähm, das muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Ja. Wie gesagt, erstmal ein kürzeres Spiel. So ein bisschen für zwischendurch. Ein bisschen Spaß haben. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal den... Einzelspieler an. Das ganze ist, äh... Ein Remake. Vom allerersten Kirby. Für die NES. Und das sieht man jetzt auch schon. Wenn man den ersten Tag gespielt hat. Und... Man hat hier auch noch nicht so krasse... Attacken, sag ich mal. So Möglichkeiten, was man alles mit einer Verwandlung machen kann. Wir können quasi einfach nur... Den B-Knopf drücken und... Einen Schuss abgeben. Das war's eigentlich. Man kann nicht irgendwie im Rennen und das machen. Oder im Sprung oder sonstiges. Ähm... Ja, weil wie gesagt... Das ganze ist ein Remake und damals gab's das halt alles noch nicht. So, jetzt haben wir uns mal die Feuerverwandlung geholt, weil die geil ist. Und... Genau. Noch was, was hier in dem Teil besonders ist. Man verliert die Verwandlung direkt, weil man einmal getroffen wird. Und das kann, äh... Unter Umständen manchmal ein bisschen nervig werden. Aber naja, da stehen wir drüber. Das kriegen wir schon hin. Gar kein Problem, Leute. Gar kein Problem. So, den hätte ich ja eigentlich auch mal einsetzen können. Ich... Könnt ihr alle Verwandlungen mal zeigen. Ist zwar ein bisschen schade, dass man, äh... Nicht so viele Varianten von Attacken hat. Aber naja, es... Ist ja nicht so schlimm. Es ist ein Kirby-Spiel, es macht trotzdem Spaß. Wenn ihr da was anderes sehen wollt, ähm... Könntet ihr theoretisch auch, ähm... Ähm... Ja, verdammt. Hab ich noch getroffen, ja. Gut. Äh... Theoretisch ja mal ein anderes Projekt gucken. Kirby's Mouse Attack. Das ist allerdings, äh... Schon... Etwas älter. Das war noch zu meinen Anfängen. Und, äh... Deshalb... Naja. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber... Keine Ahnung, wenn ihr... Wenn ihr unbedingt sehen wollt. Oder hören wollt. Wie ich mich damals so angestellt habe. Könnt ihr... Könnt ihr es euch reinziehen, aber naja. Ich würde es nicht holen. So, und hier oben haben wir ein kleines Mädelspiel. Ähm... Bomblett. Drückearm die Bombe zu werfen. Alles klar. Machen wir einfach mal. Warum nicht? Geht ja ganz schnell. Achso, ich muss... Durchzufangen. So, ja. Die ganze Zeit wird hier so eine Bombe hin und her geschmissen. Und wir müssen die... Immer zu den anderen schlagen. Bis... Bis die mal bei... Und einem explodiert. Also bis... Der... CPU das quasi nicht mehr... Schafft. Und dann wird der... Ersetzt. Ein bisschen komischen Ball. Und wenn alle besiegt sind... Außer einer... Derjenige hat dann gewonnen. Ganz easy. Und dadurch können wir... Leben gewinnen. Das habe ich schon ein bisschen ausprobiert. Spielsbild... Wow. Okay. Das war schlecht. Ich bekomme trotzdem zwei Leben. Wow. Easy going. Easy going, Leute. Ist ja gar kein Problem. Muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Einmal gesehen. Reicht. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. In die nächste Welt. Wie? Stimmt doch einfach. Jetzt kommen die Kanonen. Ah. Guck mal an. Eine neue Verwandlung. Ups. Ich vertausche hier manchmal noch die... Die Knöpfe, weil irgendwie... Ist das... Sind die genau andersrum platziert, als wie ich es eigentlich gewohnt bin. Aber okay. Könnte öfter passieren, aber... Ich hoffe einfach mal... Das könnte ich irgendwie hin. So. Mit der Fahne können wir einfach nur so... So... Werfen. Er kommt auch immer wieder zu uns zurück. Also, was heißt immer wieder? Wenn wir... Wenn wir gegen eine Wand schlagen, dann nicht. Oder gegen Gegner, wie ihr seht. Ah. Au. Du fieser Typ, ey. Lass es mal sein. Ah. Da. Wie er über mich drüber springt. Wenn mich nicht trifft. Der Trotte. Oh. So. Können wir von... Nein. Was wollte ich nicht drücken? Genau. Oh ne. Inferno. Okay. Ich glaube, hier gab es noch gar keine Bomben. Deswegen. Deswegen kriegt man aber schon den kleinen... Typis. Keine Bombe. Keine Bombenfähigkeit. Okay. Setzen wir einfach mal ein. Keine Bombe. Keine Bombe. Überschn Standards. Keine Bombe. Kerbys Sägeffen. Keine Bombe. Keine Bombenverwärm. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Bigissames kn Prinzip. Keine Bombe. Das ist einfach Curvys Natur. Man müsste es akzeptieren. So, die Elektrofähigkeit ist in dem Teil finde ich nicht so spannend. Man kann halt nur dieses Elektrofeld erzeugen und das war's. Aber naja, man kann immerhin in alle Richtungen treffen. So, in der Schwert. Schwert ist eine Manipresverwandlung, deswegen hol ich's mir. So, dass man diese machen kann. Einfach zuschlagen. Okay. Oh, die Variante gibt's doch. Im Sprung das zu machen. Und Schwert kann man auch unter Wasser benutzen. Das gibt auch unter Wasser Passagen. Die werden auch viel genug haben. So, und am Ende jedes Levels verkacke ich erstmal. Da gibt's hier dieses Bonusspiel. Da gibt's halt Punkte. Ich glaub, bei einer bestimmten Punktzahl könnte man vielleicht auch ein Leben oder so. Vielleicht ist das auch nur für einen Highscore oder sowas, was eh keine Sau interessiert. Aber ich glaub, ganz oben können wir ein Leben oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber werden wir bestimmt noch sehen. Vielleicht auch nicht, weil ich einfach nur schlecht bin. Kann natürlich sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Ist sicher. Können wir schon hin. Können wir schon hin. So schwer ist es jetzt auch nicht. Man muss nur mal das frische Timing hinklingen. So, und wir kriegen ja von denen was. Komm mal her. Tatsache. Oh nice. Oh nice. Also das ist hier eine separate Verwandlung von der Feuerverwandlung. Das ist auch interessant. Sonst immer in Feuer integriert quasi, wenn man rennt und dann quasi Feuer speien will. Mach mal den Move. Aber hier ist das eine separate Fähigkeit. Ist auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall cool. Der hat keine... Nein. Mein Verwandlung. Der hat übrigens keine Fähigkeit. Es gibt auch Gegner, die keine Fähigkeiten bringen. Ja. Wer Kirby nicht kennt. So ist das so. Jetzt haben wir... Verdammt. Ich habe meine Verwandlung zerstört. Die hätte ich eh nicht mehr holen können unter Wasser. Weil unter Wasser können wir nicht mehr saugen. Sondern nur noch spucken. So, und die Typisch, wie gesagt, die bringen leider keine Bombenfähigkeit. Schade, schade. Schade, schade. Oh, warte. Ich will lieber die. Die finde ich irgendwie cooler als die normale Feuer. Feuerfähigkeit. Weil da können wir so geil durch die Gegend fliegen. Ist mega nice. Mega nice. Können wir eigentlich durch sowas durch? Ich frage mich, ob man diese Böcke irgendwie zerstören kann mit einer besonderen Fähigkeit. Wow. Ich hatte mich ganz knapp nicht getroffen. Nice. Erstmal die... Wow. Typisch. Erschreckt mich doch nicht so. Und das war, glaube ich, wieder scheiße. Ja. Es wird immer schlechter, Leute. Ich werde immer schlechter. Was ist hier los? Oh, guck mal. Einen an. Ein weiteres Minispiel, so wie es aussieht. Glaube ich zumindest. An dem Museum. Spezialpaar Ausstellung. Eintritt frei. Okay. Achso. Achso. Ich kann mir einfach eine Verwandlung holen. Äh. Oder sie killen. Okay, ich muss sie einsaugen. Ich dachte, das wäre einfach nur so. Okay, okay. Alles klar. Kein Problem. So, nur noch ein Schwert. Und ein Schwert cool ist, wie gesagt. Und wir können zwei Attacken machen. So nice. So nice. So, ich werde, äh, die Videolänge bei Kirby übrigens auf, äh, 15 Minuten begrenzen. Mal, das ist ja ein kleines Spiel. Und, ja, braucht es nicht unbedingt die, die langen Parts. Meiner Meinung nach. Wenn ihr es anders seht, könnt ihr mir das gerne schreiben. So, hat er Eis? Hat er Eis? Gibt's hier Eis? Jo, gibt's. Wir sehen einfach aus wie ein Eisclimber. Alles klar. Ist fast genauso wie die Elektrofähigkeit. Also auch nicht einer meiner Favoriten. Okay, er kann sie zwar vereisen, aber, naja, ist jetzt auch nicht besser. Also vielleicht ein bisschen. Ups. Nein, meine Verwandlung. Meine Verwandlung. Komm her. Einfach zwei Gegner auf einmal aufgesaugt. Alles klar. Ein bisschen heilen. Ein bisschen heilen. Typis. Werde zu Eis. Schau, was man das nicht essen kann. Also ich kann es bestimmt einsaugen, wenn ich meine Vorhörerung wegwerfe, aber das will ich jetzt natürlich auch nicht. Ich will einfach nur ein bisschen Eis essen. Ähm, Typi. Alles klar, bei dem. Einfach so eine komische Biene mit 10.000 Stachen, die einfach übelst abgeht. Was ist los mit der? Was ist falsch mit der? Ich weiß es noch nicht. Komm schon, Gegner. Komm schon, Gegner. Suchen die alle hier. Was wollen die eigentlich von mir? Was will ich eigentlich hier? Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier einfach durch die Gegend, ohne Ziel, ohne sonst irgendwas. Oh, ein Lollipop. Damit werden wir unbesiegbar, weil Lollipops sind Kasse-Unbesiegbarkeits-Dinger, wie jeder weiß. Jeder, der den Lollipop schon mal gegessen hat, wird das wissen. Das ist mal einfach der übelst tronke Typ und ich... Yo. Ich werde wirklich mal schlechter. Was ist los hier? Was ist los hier? Das ist heimlich richtig. Oh, komm mal heran. Der erste Boss, der erste Boss. Das ist King DDD. King DDD. Alles klar. Nee, doch nicht. Das symbolisiert einfach nur ein Boss. Eine Boss-Tür. Okay. Gut. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn der erste Gegner nicht Whiskey Woods gewesen wäre, weil er ist einfach der Standard. Erster Gegner. Ist einfach easy going. Er kann nix. Guckt ihr euch an. Er ist einfach tot. Also nicht tot, aber besiegt. So, und am Ende füllen wir einen coolen Dance aus mit unserem Doppelgänger, die aus dem Nichts kommen. Alles klar. Welt 2. Ah, alles klar. Ich habe ja auch einfach irgendwelche komischen Träume, die auch noch wahr werden. Wenn das mal im echten Leben klappen könnte. Oder die haben wir komische Kokosnüsse. Die sind extrem gefährlich. Das sind einfach nur Kokosnüsse, aber die explodieren einfach. Ist alles klar bei denen. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Ob das ihr Hobby ist oder so, aber die tun es einfach. Wahrscheinlich, weil sie es können. So, Regenschirmverwandlung gibt es wahrscheinlich oder einfach nur Schirm. Das ist ja nicht unbedingt ein Regenschirm. Äh, Schirrverwandlung gibt es wahrscheinlich auch wieder, aber das ist so einer meiner Last Favorites-Verwandlung. So, ich mache jetzt einfach Feuer. Scheißegal. Die stürzen hier vom Baum. Mega gefährlich. Ah, die Verwandlung. Aber die sind, die sind auch nervig. Also, die können nervig sein, weil, wenn wir da zu nahe kommen, dann, wenn die übelst hässlich, verwandeln sie sich so ganz komisch und greifen uns an. Wollen uns aufessen oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Ganz komische Kreaturen. Sie müssen sich von mir rollen. Oh, guck mal da. Schon wieder Inferno. Kann ich auch von dem bekommen. Das weiß ich, weil Inferno gibt es auch in anderen Kirby-Spielen. Aber Bombe gibt es dann halt quasi noch separat. Oh, guck mal da. Tornado. Tornado ist auch cool eigentlich. Normalerweise so, wie ich es kenne. Ich weiß nicht, wie es hier funktioniert. Ja, so wie im Maus-Deck. Aber können wir auch senken? Wie ging das? Wenn wir gedrückt hatten, dann fliegen wir auf jeden Fall hoch. Wie kommen wir runter? Das ging doch auch irgendwie. Und da drücken wir nichts. Geht das wirklich nur um? Irgendwie ging das. Zumindest im Maus-Deck. Ich weiß halt nicht, ob es hier auch geht. So, die Tür schweckt dann vor der Luft, alles klar. Aber da können wir trotzdem rein. Hallo? Dankeschön. Ich bin irgendwie immer so unvorbereitet. Ich checke immer nicht, was das solche Endtüren sind. Obwohl die schon ein bisschen anders aussehen als normalen Türen. Und dann bin ich überrasch, was das auf einmal dieses Minigame kommt und dann verkack ich das immer. Ja. No, Johnson und so. Kirby's Kufen Grind. Drücke Arm zu grinden. Grinde nicht auf schwarzen Abschnitten. Okay. Ja, dann versuchen wir das doch. Das ist hier schon Sonic-Style. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ist doch machbar. Ist doch machbar. Wir liegen zwar hinten, alles geht. Was? Ich habe und was besonders gut gemacht, weil ich was losgelassen habe oder so was. Keine Ahnung. Ja, wo ist das? verkackt. Ich war verkackt. Boah, was war das denn? Ich bin ja gerade irgendwas in die Ecke geflogen. Ich habe keine Ahnung. Mist, ich bin zweiter. Oder? War ich zweiter oder dritter? Zweiter. Okay. Kann ich mit leben? Kann ich mit leben? Zwei Leben. Ja, siehst du? Kann ich sogar zweimal mit leben? Ha! Dead-Wort-Spiele. Oh, perfekt. Perfekte Ort für meine Verhandlung. Weil sie nur nach oben geht. Ja, siehst du nur nach oben. Wir sind schon da. Ah, die Musik, Leute. Hey, ich liebe die Musik, was Kirby. Kann ich das nicht mit den Tonal kaputt machen? Okay, wir können aber auch kicken. Das können wir immer als Kirby. Da brauchen wir keine spezielle Verhandlung für. Also können wir theoretisch auch so immer angreifen, aber nicht besonders effektiv. Ich liebe diese Musik. Diese Musik, Leute. Ah, so ein Kastiker. Kennt ihr eigentlich Kirby? Habt ihr schon mal ein Kirby-Spiel gespielt? Und wie findet ihr die Spiele? Könnt ihr mir auch mal erzählen. Wäre auch mal interessant. Und was war euer erstes Kirby? Meins war ja Kirby's Dream Curse. Hieß das so? Dream Curse, oder? Von Super Nintendo. Das ist quasi wie so ein Golf-Spiel war, wo Kirby nur so eine Kugel ist und man den ins Loch bekommen muss. Ne? So, Radverwandlung holen wir uns mal. Ähm, auf jeden Fall da gibt's auch die Musik, deswegen hat mich das gerade... auch wie er dran erinnert. Aber ich fand das Spiel damals ziemlich cool. Ich fände es wahrscheinlich auch immer noch cool. Wow, muss ich nicht da runterfallen? Vielleicht halte ich mir an und gucken, was es hier so gibt, aber ne. Wir fahren einfach durch. Das ist diese Stages ja prädestiniert dafür, für das Rad. Naja, nutzen wir das auch. So, und das ist in einem Tür, so. Diesmal drauf achten. Das war doch scheiße, what the fuck? Ich kann's einfach nicht, Leute. Ich kann's einfach nicht. Ob wir jemals eine Eins bekommen werden? Zum, äh, neben dem gesamten Let's Play? Ich weiß es nicht genau. Schon wieder dieses Bomb-Net... Äh, Let's Play, wo ich schon sagen bin, die Spiel. Ja, okay, dann machen wir es halt nochmal. Einfach so, weil wir es können. Also, hoffe ich. Also, bei meinem First-Troy habe ich es geschafft. Aber na ja, na ja, bei so einem Let's Play ist es immer ein bisschen anders, ne. Ist die Konstellation immer nicht so toll. Können wir die eigentlich auch in eine andere Richtung schlagen, oder? Keine Ahnung, wir können ja eigentlich nur A drücken. Und na ja, drücke ich einfach nur A. Ist ja auch scheißegal, in welche Richtung es geht. Wen juckt denn das? Gar keinen. Der Roten da juckt es nicht. Also, okay. Ich hab nichts gesagt. Aber den Gelben da, den juckt es nicht, oder? Der ist voll gut drauf. Der hat ja überhaupt nicht lange überlebt. Bei meinem First-Trial, der, der Rot hat, glaube ich, also der hat es überlebt. Und voll lange auch noch. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Ich bin voll krass Typ, ey. Nicht wirklich. Okay, ich glaube, hier ist das Rad nicht so... Na gut, ah! Nein! Nein, 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 nein. Nicht die Knöpfe vertauschen. Ich hol mir mal den Tür. Was man mit der Tür machen kann, kann zuschlagen und wir können, äh, gleiten. Ja, voll die geile Technik. Ist irgendwie ein bisschen störend. So, die ganze durch die Gegend zu gleiten. Okay, wir können es auch abbrechen, wenn wir nach unten drücken. Ne. Ist mal so ganz komisch, verwirrend. Irgendwie, ich komm nicht drauf klar. Okay, ich hol mir ein Schwert. Ich hol mir ein Schwert. Das ist viel cooler. Warm, warm. Okay, was haben wir hier? Eine Bonus-Tür oder was? Die werde ich mir noch direkt aneignen. Wow! Gibt es die Ufo-Fahrer nun? Ich glaube nicht, oder? Äh, nein. Doch, gibt es. Ja, cool. Wo gab es die denn sonst noch? Gab sie den Maus-Attack eigentlich? Ja, doch, ich glaube den Maus-Attack gab es ja sogar. Ja, stimmt. Aber primär kenne ich den natürlich aus... Und der hat auch verschiedene Attacken. Ja, doch. Dasselbe konnte der aus Maus-Attack auch. Ja, okay. Ähm. Ja, aber ich kann es primär aus... Oh, geht sogar unter Wasser. Das ist nice. Ich kann es primär aus, äh... Dream Curse. Da gab es das nämlich auch. Können wir durch Wander schießen? Okay, okay. Äh. Cheap-Cheaps, was keine Cheap-Cheaps sind. Aber ist okay. Das Corona-U-Anneem-Ufo ist natürlich... Wir können quasi die ganze Zeit fliegen. Wir müssen... Äh. Typi, typi. Können wir uns nicht umdrehen. Bats! Vor uns Gesicht! Vor uns Gesicht! So, wie lange gehe ich denn jetzt? Wo lang? Wo lang, Leute? Ich weiß nicht. Äh. 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 Typi. Nein! Okay, okay, okay. So, jetzt. Nein, die Attacke. Perfekt. Was haben wir denn hier so? Was haben wir denn hier? Was wäre der Anfang? Was haben wir hier? Leben. Und schon das Leben. Wir haben eh viel zu viel. Elf Stück haben wir schon. Krass, krass. Die werden noch niemals alle verbrauchen. So schwer ist Kirby nicht. Bisher hatten wir auch noch keinen Tod. Ob das Ding, was passieren wird? Könnte schon sein. Wenn ich mich weiterhin so dumm anstelle. Ja, ja. Und mich von jedem Gegner 10.000 Mal treffen lasse. Wow. Das war knapp. Nein. Ich wollte ihn aufziehen spucken. Äh. Moment. Biegen und draus spucken. So. Typi. Nein. Fuck. Kaum sage ich das. Und ich sterbe schon. Ich habe jetzt nicht erwartet, was der da runterkommt. Hey. Unser erster Tod. In der zweiten Welt. Mann. Bin ich gut. Ah. Typi. Passt doch mal ein bisschen auf. Passt doch mal ein bisschen auf. Bolladie. Willst du hier? Nein, Typ. Nein. Jedes Mal lass mich von jedem treffen. Das war doch immer wieder. Das verpiss dich mal. Ist nicht cool, was du da machst. Ist gar nicht cool. Das sage ich ganz auf 15 Minuten. Ich bin trotzdem wieder bei 20. Das war doch auch schlau. Ich müsste mal besser auf die Uhr achten. Ja. Leute, Leute. Was macht ihr denn hier für ein Stress? Die ganzen Leute. Äh. Leute. Das wollte ich schon sagen. Die ganzen Leute von Metanite. Wenn wir Stress machen. Ah. Warum macht das Metanite überhaupt? Hetzer. Das ist eine komische Typis auf uns. Ich weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich testen. Okay. Wie lange geht das Level noch? Was soll ich noch beenden? Wir sind schon bei über 20 Minuten. Ist nicht cool. Zieht euch mal. Okay. Komm. Wir wenden das noch schnell. Ich beeile mich, Leute. Ich beeile mich. Warte. Ist schon das Ende. Komm. Diesmal schauen wir was. Zum Ende des Parts. Das war richtig scheiße. What the fuck? Okay. Resümee für diesen Part. Ich bin einfach scheiße in dem Spiel. Also Leute. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Projekt. Mir macht es auf jeden Fall schon mal Spaß. So für zwischendurch auf jeden Fall ganz lustig. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir hier in die, ähm, ins Level 4 von Welt 2. Alles klar. Dann bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann. Ordetoxone. Bis dann.